ja hi willkommen mein name ist dann ihre p und ich begrüße euch zurück zu letzter valkyria chronicle mein gott geht ja alles kaputt so wir wurden gerade von meck panzer und maxel varia fast tötet und ja irgendwie nicht also irgendwie sind wir sehr gut davon gekommen und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen angst weil sie varia steht genau vorweg hin und ich weiß nicht was ich dagegen tun soll ja schon seine ganzen raketen hat ich glaube wir nehmen erst mal rosie und was willst du denn ich hab mal an wie sie alles weg trinkt so mal ich würde gern den eintreffen und sagt es reicht den anderen nicht oder ich hasse es einfach nicht da komme ich eben zu dir hin und töte dich wenn es unbedingt sein muss wir haben sie gemacht strong will ist das mehr schaden dann versuche ich irgendwie ein löwe zu erwischen und wir müssen ja alle weg jeder einzelne von uns halt bei extra schluss das bringt uns jetzt gerade nichts weil wir nichts abschließen müssen dankeschön ihr leist so schön in deckung gehen wir brauchen nur aber sie ist auch gerade in gefahr in gefahr ja ich finde ich wenn wir nicht ja doch wir können doch morgen hat sie einen schaufel dahinten drin gehabt so unsere sniper sind schon wieder vollkommen nutzlos geworden aber jetzt nichts mehr abschneiden müssen deswegen krieg ich lieber in sicherheit bringen marina auf jeden fall weil die schon fast tot wieder warum auch nicht so und schon mit lago ja und dann komme ich noch mal mit rosen müssen der löwe ja da muss ich doch einsam dann kriegt die waffe hier steht die schönen klötze so und jetzt habe ich angst um welchen weil ich glaube sogar sehr wahre schüsse bringen was gegen welchen aber mache ich denn jetzt super wenn sie einmal von hinten angreiften dann sind wir tot ich hoffe das ist euch allen klar müssen wir war ja ganz gerne auf john losgehen so es ist sie weg gedreht aber ich glaube das wird es auch nicht so bringen aber gut es bringt nichts ich habe ehrlich gesagt ganz schöne angst jetzt immer schön umgedreht bleiben und entdeckung gehen wo ich habe jetzt richtig schiss vor der ja nein ding ist es noch drin wer auch immer da ist irgendjemand ist noch da in einem camp wenn die da schaffst du denkt das ding hinweg sie war stark aber es hat nicht gereicht und die du in der zweite kämpfe weggefegt worden und die weg von welchen danke der anderen kann ich noch retten irgendwie nein nicht oft dann was hat die anderen getan wo sie warum wir mal auf die homosexuellen nein ich habe rosie die macht uns hier fertig wenn jetzt einmal dadurch geben dann kann die unsere einheiten sammeln und dann sind die weg aber sie bleibt jetzt auch noch so umgedreht damit ich die nicht einsammeln kann die blöde olle na toll wird jetzt welchem spiel mal sind bock hei und dreh dich auch noch so um ne boah was ist denn auch immer los die macht mir vor angst habe schon mal gesagt dabei ich sage es noch gerne wieder ja aber ruhig dem panzer so jetzt ist so umgedreht aber ich glaube das wird nicht so viel bringen ich glaube ich dreht sich immer automatisch zu denen hin ergelegt mich an ihr seht uns schon von kilometern da kommt euch da einmal sollten wir machen ok eine nach dem anderen ok ich habe es ist gar nicht mal so klug hier mit so viel einheiten rumzulaufen wir sind nur kanonenfutter oh gott vor allem nehmen sie mal aus holen das ist gut so jetzt haben wir uns erstmal hoch so rosie und die macht sich schon wieder bei die olle hilfe hilfe hoch da immer schön oh gott so jetzt müsst ihr das ding kaputt schießen dreht schon ein bisschen mehr zu wenn die um ein wahl aber bringt nichts deswegen lasse ich jetzt vielleicht ist ja so blöd und kommt extra rum und wenn die kalt zu machen claudia du gehst mal aus dem weg da wir am besten hierzu noch immer da ist ich glaube leise ok wie geht's ging schon mal besser ok so es ist niemand in unmittelbarer nähe waken ist ganz weit weg da hinten und ich hoffe wirklich kann ich auch fans gut machen all unit defend machen wir das machen ich weiß nicht ob das auch für den nächsten zog noch klappt aber mal gucken so und weiter geht's und jawohl jetzt kann wenn die sich das dinge daneben letzte dingen auch perfekt und so war er macht gar nichts gut weil niemand in reichweite ist labatt so jetzt ganz schnell ganz ganz schnell das ding kaputt machen wenn die vertraue ich hier in sachen exklusives so ok ok sack und letzte ding ist weg wieso eine granate 2100 abziehen nicht er nah ich nicht ich ich nicht ich ich Du bist auch schon da. So, jetzt können wir den beschädigen wie einen anderen Panzer und ja, jetzt warte mal, was los ist. Wir machen dauerfreie Dinge und zwar mache ich jetzt folgendes, ich habe mir mal ganz gut überlegt, ich mache Attack Boost auf Allies, extra Damage, da macht es jetzt erstmal ein dauerfreie auf das Ding, haben wir übrigens alle gerettet hier, sind denn alle schon da? Die Waffen, ich habe es blöd, okay, wir bewegen uns ein bisschen woanders hin, so, und weiter dauerfreie und nochmal, weil ich bin die Munition alles, kommt erstmal Claudia vorbei und gibt Munition, sagt Wesenskümmerding verfehlen, so fett wie das ist. Okay, Claudia, vier Schüsse, da fiege ich nur locker aus, ne, okay, okay, so, hat der Granaten, ja, wird zwar nicht bringen, aber egal, ich habe drei Granaten. So, hat man schon auf das Ding drauf. Ich hoffe, ob er ein Angriffsbuch überhaupt nicht gebracht hat. wenn der war ja jetzt nicht eine totale rampage auf die drei macht dann muss man schaffen die elfte haben war obwohl wenn die sieht sie ist sicher aus und der letzte schuss aber noch irgendwo jemanden die dinger schießen kann wenn jetzt kommt uns abballern sind wir dran da irgendjemand ist da trist auch von da hinten oder na also drauf labo so wenn wir jetzt überleben dann haben wir es ding ist gleich in fetzen gerissen jetzt bewegt er sich weg und diesel varia sieht uns das heißt wir sind mit jedem schuss in gefahr gott nein ja geh da lang hör auf bist du irre die knallt über ihren eigenen panzer ab gut so nein und schon wieder aha 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 ja jetzt sind wir sie ja hau ab hau ab kusch kusch fuhi jawoll wir haben gewonnen so jetzt muss ich nur irgendwie schaffen den ab zu knallen ohne und sehr variac geschossen zu werden so einfach 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 reinballern der tag bus bringt gar nichts aber jetzt einfach mit claudia oh mein gott ich sehe nichts ich glaube ich will auch nichts sehen schafft hat schon ich glaube an dich hier hinter ist aber ich sehe es aber immer noch nicht ein dass die waffen nicht eingesammelt hat von dem einen an dem löwen so ich glaube noch vier schüsse ist eine klinge ein leistzer stellten panzer los schaffen aber ja ja schaffen also du triffst nicht aus irgendwelchen peinlichen gründen daneben jawohl jawohl jetzt kommt lag und die show nein claudia so die beiden haben mehr oder weniger ein panzer kaputt gemacht und wenn die das anti terror team ja und sagt weg bist du ne hört die schüsse hinterher die haben es jetzt gemacht und wir haben gewonnen operation komplett patient wurde durch löchert aber gut durch den panzer mann jetzt ja 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 aber ansonsten diese war ja hat man kann schon das erde hat die der die sehr war ja neben sich ach die haben wir sogar bekommen geil muss ich die gegner gar nicht aufsammeln dann versteht nicht warum das überhaupt geht da kommen wir das wollte ich habe vergessen du bist stark genau deswegen habe ich sie nicht angegriffen die könnte uns ganz im alleingang ganz eindeutig kaputt hauen aber sie haut ab ich habe nichts dagegen ach so okay okay die legende wurde wieder geboren oder so ähnlich legendry born war kuria reborn damit hätte man gleich auch kapitel 7 abgeschlossen also ich habe niemand verloren du hast nicht von was du redest ich habe nicht gedacht so 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 Ich bin der Herr, dass ich mit Maxime Dien mit einer Frau mit dem Mann mit Maxime Dienste war. Was war das denn? Ich hatte keine Ahnung, wie war es so? Ich habe mich nicht so, dass ich mich nicht so, wie war es. Ich habe mich nicht so, dass ich mich nicht so, wie war es. Ich habe mich nicht so, wie war es. Was ist das? Ich habe das Gefühl, dass die Valkurier-Berkehren in der Valkurier-Berkehren gegründet ist. Was ist das? Aber die Valkurier-Berkehren sind ein sehr langees Kind, nicht wahr? Ich habe keine Valkurier-Berkehren gegründet. Ich verstehe auch, was ich von der normalen Gedanken. natürlich ist immer kühler hallo der woodlands näher eine neue episode ich würde sagen wir genau direkt kaufen im haupti und so weil ich noch machen müssen und ja mein gott natürlich sagt eine wahl küre hallo die person muss wichtig sein ihr gesicht ist auf dem cover ihr gesicht größer als satt von welken oder die schatt zusammen wir erst mal trainieren form für xp heils sekunde halt stopp vor wir alle xp ausgeben würde ich noch mal gern zu diesem friedhof gehen weil da können wir auch punkte in orders hier eintauschen natürlich wenn ich mich irre ist die nächste episode nicht so schwer in sachen feuerkraft retweet genau das hätten wir gebrauchen können sich 6500 einlegen so und das hätten wir ja schon früher kaufen wenn ich noch was kaufen können kaufen mit erfahrung die möchte ich noch mal auf dem schlachtfeld begegnen ja ja dann geh weg von mir direkt von mir alter mann in trenchrode so das heißt wir können die ganze erfahrung hier verbraten wir haben b-rang bekommen für die mission hat man nicht mal richtig überraschend erst mal sniper die sind als einzigste noch auf der 5 vielleicht treffen sie dann auch ein bisschen besser und wann noch nichts raus war dann war auch und nix erst mal nur scouts ich finde auch die ingenieure noch aufballern aber naja wir haben keine potenziale und so bekommen oder doch oder habe ich dagegen verpasst ja aber die wir haben eine menge asche ich plan diese asche auszugeben so jetzt kann man glaube ich hier so nein kann man nicht okay ag firepower boost ich sehe immer so im so überhaupt stärker ja ein punkt die ganzen wochen wieder auflösen immer noch nicht nein immer noch nicht kommt und ich habe so viel geld na gut dann wie edelweiß ag merke gerne bevor ich hier noch weiter ausgeben so permanente sachen keine solche blöcke hier kosten damit die mit edelweiß unbesiegbar wird ich glaube davon kann ich mir alles leisten ja klar kann ich mir alles leisten ja also ich hab's das war erstmal wenn ich mal irgendwann so auf screen arbeiten wett hp plus im land habe ich schon weißen trade hp aber ich hab ding und ziehe und so weiter es reicht schon mehr kann ich sowieso nicht kaufen ja dann war es das mit dem part und was an diesem part und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wenn es wieder heißt let's play valkyria chronicles ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen und sage tschüss jetzt wie wie hier wie 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 Vielen Dank.